Im Jahre 1862 gründete die Regierung der Vereinigten Staaten zwei Bahnunternehmen und beauftragte sie mit dem Bau einer Eisenbahnstrecke quer durch Amerika. Angefangen an entgegengesetzten Küsten erschlossen sie dem Kontinent innerhalb von sieben Jahren und nahmen dabei große Risiken auf sich. Am 10. Mai 1869 trafen sie schließlich in Promontory, Utah aufeinander. In Pacific Rails übernimmt ihr die Rolle von Bahnunternehmern mit dem Auftrag, eine Bahnstrecke von einem Ende des Spielplans zum anderen zu bauen. Um das zu schaffen, müssen eure Arbeiter Rohstoffe wie Holz, Schießpulver und Stahl sammeln. Bittet den Kongress um finanzielle Unterstützung. Heuert Spezialisten an, um bei der Herstellung von Gleisen zu helfen. Und legt diese schließlich mit Brücken und Tunneln auf die Landkarte, um die raue Landschaft zu bezwingen. Die Erschließung kann beginnen.